Und der Urlaub war schön? Super. Paris ist ein Traum. Seit Jahren lag sie mir da mit den Ohren so, oh, lass uns mal nach Paris fahren, das ist so romantisch. Ich hole mal Kaffee, du auch einen? Gern. Ich habe schon ein paar Fotos ausgedruckt, guck mal. Hier, jetzt bin ich auf dem Eiffelturm. Sacré-Cœur. Pornneuf. Du hörst ja gar nicht auf zu knipsen in Paris. Aber, äh, das ist gar nicht Paris. Was? Klar. Nee. Das hier ist der Zechenturm vom Zollverein in Essen. Das ist die Rheinbrücke bei Leverkusen. Und das, das ist nicht Sacré-Cœur, sondern, äh... Ach, der Eiffelturm, na klar. Nicht, oh, wie schön. Was bist denn du für eine? Du kennst den Eiffelturm nicht. Naja, ich, ähm, komme halt nicht so viel rum. Ist ja schade. Wir sind jetzt echt auf den Geschmack gekommen. Guck mal hier, da sind wir am Grab von der Eiffelturm. Ja, ich Leverkusen. Und da stand nur die Panzerkrafen. weiß, ob ich nur für einaiserlicher Fännchen.